Es ist kein Wunder, wenn Frauen sofort das Interesse an dir verlieren, wenn du diese eine Sache nicht machst. Denn 99% der Männer wirken entweder creepy oder egoistisch, weil sie diese eine Sache vergessen. Wenn du also zu den 1% der Männern gehören möchtest, die Frauen im Gespräch sofort umhauen, dann ist diese Folge für dich. Herzlich willkommen im Freundin für den Podcast. Mein Name ist Andy Friday mit neuem Look. Herzlich willkommen und natürlich haben wir auch unseren Experten für Selbstbewusstsein mit dabei, Dominik van Aave. Yes. In dieser Folge gehen wir auf die eine Sache ein, die so sträflich vernachlässigt wird. Und wenn du sie hörst, wird es ihr wie Schuppen von den Augen fallen und du wirst es wahrscheinlich direkt sofort ausprobieren wollen. Heute noch direkt im nächsten Gespräch. Also, lass uns starten. Genau. Ja, Mann. Und es macht Spaß. Let's go. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Dominik, aber ich hasse Smalltalk. Ja. Ich habe das mein Leben lang nicht verstanden, wie Menschen einfach so in ein Gespräch reingehen und über das Wetter oder über Gott und die Welt reden können und dabei aber ein Level an Tiefe niemals erreichen, an dem ich eigentlich interessiert bin. Das ist etwas, was scheinbar manche Menschen talentiert sind, wo sie mitgeboren wurden, diesen sehr schnellen Draht zu Menschen aufzubauen, aber dann halt nicht weiter reinzugehen. Und manche Menschen haben den nicht. Habe ich immer gedacht. Wir wissen jetzt aber natürlich, dass wir diese Gabe nicht nur mit in den Schoß gelegt bekommen können, sondern dass wir die auch lernen können. Denn es gibt eine Möglichkeit, nicht nur tiefe Gespräche zu meistern, sondern auch Smalltalk. Und das Geile dabei ist, dass du es dann nicht mal mehr als Smalltalk erachten wirst, denn es ist quasi nur der Einstieg in ein Gespräch und danach bist du schwuppdiwupps schon in der Tiefe. Und genau darum soll es heute gehen. Denn die meisten Menschen, die denken, um interessant zu wirken, muss ich interessante Dinge sagen. Das heißt, sie fangen an, sich selber zu projizieren. Sie fangen an, vor allem fangen sie an, im Kopf zu denken, dass sie bestimmte Dinge nicht sagen dürfen. Das ist erstmal das größte Problem. Sie fangen an zu sagen, das darf ich nicht sagen, so und so darf ich nicht rüberkommen, so werde ich creepy erscheinen, da mache ich einen Fehler bei der Frau, dann mag sie mich nicht mehr. Oder hier zeige ich zu viel Interesse. Wenn du lang genug dabei bist, dann merkst du auch irgendwann, oh shit, ich habe zu wenig Interesse gezeigt. Wie kann ich das Ganze vorwärts bewegen? Also es sind lauter Filter im Kopf, die die ganze Zeit, es ist quasi wie so eine Software, eine OS, ein Betriebssystem, was dauert, dir sagt, das darfst du nicht machen, das darfst du nicht machen, das darfst du nicht machen, das darfst du nicht machen. Und du versuchst durch diesen Schlamassel irgendwie einen Weg zu finden, an etwas zu sagen, was dann auch noch interessant rüberkommt. Und kein Wunder, dass du dabei komplett stecken bleibst und quasi in diesem Sumpf im Morast einfach versinkst und nichts mehr sagst und deswegen das Gespräch gar nicht erst suchst. Deswegen sprichst du die Frau auch nicht an, die du interessant findest. Deswegen weißt du nicht, was du sagen sollst, wenn du mit einer Frau chattest. Deswegen sind deine Dates langweilig und die Frau hat dann eben auch kein Interesse darauf, mit dir noch ein zweites Date zu haben. Aber der Unterschied ist, dass wir nicht mehr versuchen wollen, interessant zu wirken. Interessant zu wirken, abgesehen davon, dass wenn du das versuchst, dann geht das alles aus einer Richtung deines Inneren hervor, wo dein Selbstwert so gering ist, dass er nicht verstanden hat, dass du nicht interessant wirken brauchst. Du bist schon gut genug. Und wenn du versuchst, interessant zu wirken, allein dieser Versuch, damit legst du quasi die Maske ab, als ich denke, ich bin nicht gut genug, um in deiner Gegenwart zu sein. Deswegen gebe ich mir Mühe und versuche, mich auf dein Level zu heben. Zu beeindrucken, genau. Das funktioniert schon mal von vorne an. Wenn wir jemanden beeindrucken wollen, dann sagt das ja auch gleichzeitig damit, in dem Wunsch, jemanden zu beeindrucken oder auch in der Tätigkeit selber, also in dem Versuch vielmehr, dass wir nicht gut genug sind. Dass dieser jemand, den wir beeindrucken wollen, darüber bestimmt, ob wir gut genug oder nicht sind. Und das ist genau der ganze Prozess dahinter oder die Position, von der wir kommen. Weil wenn ich die ganze Zeit halt versuche, so wie du gerade schon gesagt hast, Andi, ich versuche den zu beeindrucken, ich versuche irgendwie interessant zu sein, ich versuche irgendwie mich im besten Licht darzustellen. Also dagegen ist ja nichts einzuwenden, weil natürlich, wir wollen halt nicht irgendwie auf einem, das macht ja auch keiner, auf ein Date gehen und über all die, die unsere intrusiven Gedanken sprechen und so weiter. Das macht ja keinen Sinn, das macht ja auch niemand. Also wir zeigen uns ja ganz natürlich auch irgendwie von der Gewollt irgendwie auf besten Seite. Wir wollen ja auch, dass die andere Person das macht. Aber dann irgendwie das zu überspitzen und dann irgendwie zu wollen, dass wir irgendwie plötzlich auch jemand anderes sind, der wir gar nicht sind, weil wir halt zum Beispiel die Frau beeindrucken möchten. und dann feststellen, wir können das halt gar nicht, wir können sie gar nicht beeindrucken, weil wir gar kein interessantes Leben führen. Und dann halt schon direkt, weil wir denken, so wir haben kein interessantes Leben zu führen oder wir führen kein interessantes Leben, wir haben dadurch auch nichts Interessantes zu erzählen. Und von daher brauche ich auch gar nicht versuchen, irgendwie die Frau jetzt gerade anzusprechen. Ich mache das nächstes Mal. Oder ich versuche auch gar nicht irgendwie generell mit Menschen in Kontakt zu treten, weil ich habe ja sowieso über nichts zu erzählen und andere Menschen ja sowieso viel mehr, weil unter anderem, das sehe ich die ganze Zeit im Fernsehen, in diesen Serien, da haben die die ganze Zeit irgendwie krasse Abenteuer und ich nicht oder die Menschen auf Social Media haben die ganze Zeit irgendwie immer krasse Abenteuer und ich nicht. So kein Wunder, dass ich keine Gespräche führe. Ja, der Vergleich sowieso ist Anfang vom Ende. Wenn du anfängst, dich mit links und rechts zu vergleichen, dann begehst du eine große Sünde deines Selbstwerts. Denn der einzige Vergleich, der legitim ist und den du auch jeden Tag machen kannst, ist der Vergleich mit dir selber von gestern oder von letzter Woche oder von letztem Jahr. Der Vergleich, der katapultiert uns nach vorne. Das ist motivierend. Wenn wir gucken, guck mal, hier habe ich das jetzt besser hinbekommen. Ich habe jetzt zum ersten Mal geschafft, dass eine Frau lacht, wenn ich eine Frau versucht habe zum Lachen zu bringen. Eine andere Person hat mir heute zum ersten Mal Hallo gesagt, obwohl ich gar nicht irgendwie das Gespräch gesucht habe bei ihr. Diese kleinen Erfolge, die du in dein Erfolgstagebuch eintragen kannst, die zu vergleichen mit letztes Jahr, wo du wirklich noch gar nichts konntest, das ist super, das ist mega cool. Oder dass du jetzt schon auf das dritte Date gekommen bist mit der Frau, wo du früher halt immer nur auf ein Date gekommen bist und dann war Sense. Oder dass du dieses Jahr halt schon, weiß ich nicht, eine super coole Affäre und dann eine Frau gedatet hast, mit der es vorwärts hätte gehen können, aber dann ist irgendwas anderes dazwischen gekommen. Aber die letzten vier Jahre ging gar nichts bei Frauen. Das ist auch ein super großer Erfolg. So, mit uns selber zu vergleichen, das ist gut. Mit anderen Menschen zu vergleichen, das machen wir nicht. Genau, ich werde mich jetzt auch direkt mal vergleichen und kurzen Input von euch gerne hören. Denn was denkst du denn im Vergleich von mir zur letzten Folge? Wie sehe ich jetzt aus? Gefällt dir dieser Look? Oder würdest du sagen, nee, nee, Bart war viel geiler. Ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall euch gesagt, als ich mir diesen Haarshop hierhin endlich mal drauf transportiert habe, nach zehn Jahren von Haarverlust und von Bart, ich sah die ganze Zeit gleich aus und ich hatte keinen Bock mehr drauf. Und deswegen habe ich gesagt, nachdem ich mich verlobt habe, ey, zur Hochzeit werde ich endlich wieder Haar haben und ich werde auch was Neues in meinem Gesicht machen. Ich habe einfach Bock drauf, neue Risuren und was Neues zu machen. So, was findet ihr? Was meinst du? Sieht es gut aus oder nicht? Sag es mir gerne in einen Kommentar. Wenn es scheiß aussieht, darfst du mir das auch sagen. Gib mir eine. Aber dieser Vergleich mit uns selber, der kann uns beflügeln. Und ich möchte dir noch einen viel wichtigeren, beflügelnderen Impuls mitgeben, der dir in Gesprächen sogar Spaß machen kann. Und das ist, dass du versuchst, nicht mehr interessant zu wirken, sondern dass du interessiert bist. Wenn wir interessant wirken wollen, müssen wir nichts anderes tun, als interessiert zu sein. Das ist eine der ersten Regeln, die... Wie hieß der Autor nochmal, Dominik? Wir haben gerade über ihn gesprochen. Dale Carnegie. Dale Carnegie. Wie du Freunde gewinnst. Also, how to win friends and influence people. Also, das ist eines der absoluten Standardwerke, die eigentlich jeder Schüler eigentlich mal gelesen hat. Genau. Basis dafür ist, dass du Interesse an deinem Gegenüber zeigst. Dass du Fragen stellst, damit der andere anfängt über sich oder über seine Vorstellung, seine Werte, die Dinge, die ihm wichtig sind, wo er emotional gepackt ist, sei es im Guten oder im Schlechten, dass er darüber anfängt zu erzählen. Und die Wirkung, die du damit erzielst, wenn du jemanden zum Reden bringst, weil du dich für die andere Person interessierst, die ist so viel krasser, auch für andere Menschen, die zugucken. Damit kannst du... Keiner kann dagegen anstinken, wenn du eine Frau Fragen stellst und sie fängt an aufzublühen und von sich zu erzählen und dann irgendwann dir auch Fragen zu stellen, weil sie das so angenehm findet, mit dir zu reden, dass sie dir dann ebenfalls Interesse zeigt. Weißt du, so bekommst du Interesse, weil du zuerst Interesse gezeigt hast. So viele Tipps hier im Internet, das ist alles... Das musst du alles mit einem riesigen, riesigen Berg an Salz und Pfeffer betrachten. Sag ich das gerade richtig? Sprichwörter mit Andi? Keine Ahnung. Take it with a grain of salt. Exakt. Also das heißt, die ganzen Tipps, die du hier hörst in den anderen Kanälen und auf YouTube und vor allem die ganzen Sachen, die dir sagen, du solltest von Frauen die Finger halten, du solltest bei Frauen sowieso nur dein eigenes Ding machen und wenn sie dann auf dich zukommt, cool, ansonsten mach dein eigenes Ding. Oh, da stecken so viele Halbwahrheiten dahinter, da steckt auch so viel Angst und so viel Verletzung aus der Kindheit dahinter und Verletzung von Frauen. Deswegen sind diese Männer auf Abstand bei Frauen und versuchen cool zu wirken. Das ist nicht der Weg, der dich in eine gesunde, glückliche Beziehung bringen wird. Ich sag's dir, ich hab das viel zu oft an unseren Kunden im Coaching gesehen. Ich bin mit meiner Partnerin jetzt seit zehn Jahren zusammen, wir haben uns letztes Jahr verlobt, haben jetzt vor kurzem geheiratet. Das kommt nicht, weil ich die ganze Zeit meine kalte Schulter ihr gegenüber zeige, weil ich versuche krasser zu sein und männlich und was weiß ich. Das ist nicht der Grund. Der Grund ist, weil ich mich wirklich für sie interessiert habe von der ersten Sekunde an und weil ich keine Angst hatte, mein Interesse zu zeigen. So, das Ganze ist halt ein großer Unterschied zu wie ich das am Anfang gemacht habe, als ich noch keine Ahnung hatte, wie man flirtet, wie man Frauen verführt, wie man gesunde Beziehungen aufbaut. Denn in meinem Studium, da wurde ich ständig von Frauen in die Friendzone gesteckt. Eine nach der anderen hatte kein Interesse an mir und ich habe mir gesagt, was mache ich denn hier falsch? Weil ich habe es so gemacht, wie ich es in den Filmen gesehen habe. Ich habe ja Interesse gezeigt. Ich habe Frauen sogar nach dem ersten Date gesagt, dass ich mich in sie verliebt habe. Mehr Interesse kann man doch gar nicht zeigen, oder? Habe ich mir gedacht. Aber du musst verstehen, Interesse zu zeigen ist, das Ganze ist auf einem Spektrum. Wenn ich sofort, beim ersten Augenblick an, wo ich dich kennengelernt habe, dir sage, wow, du bist ja toll, ich möchte dich heiraten, dann wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, dieses Interesse ist unangebracht. Du kannst doch noch gar nicht so viel Interesse haben, dass du diese Person heiraten willst. Geht doch noch gar nicht. Und jetzt gehen wir das Ganze, wir machen den Dreher des Interesses, spulen wir mal ein bisschen weiter zurück. Okay, sich zu verlieben. Ist das schon angebracht? Nach dem ersten Date. Kannst du dich überhaupt wirklich verlieben in eine Person? Liebe empfinden? Für eine Person, die du erst einmal getroffen hast, drei, vier Stunden? Nee. Die Menschen, die meinen, die haben sich nach einem Date verliebt, die haben eigentlich einen Gefühlszustand, den sie spüren, der auch sehr real ist, aber den nennen wir emotionale Abhängigkeit. So, keine andere Frau hat sich für sie jemals interessiert oder seit langem nicht mehr und dann denken sie, jetzt darf ich es nicht verkacken, wow, sie hat mir Freundlichkeit zugeworfen, sie war interessiert an mir. Das ist die eine. So, das ist aber keine Liebe, mein Lieber. Das ist Abhängigkeit. So, und dann spulen wir diesen Regler des Interessezeigens einmal ganz zurück. Was ist denn das angebrachte Level an Interesse ganz zu Beginn? So, und weil wir so verwirrt sind durch die ganzen Tipps im Internet und weil wir auch selber Verletzungen ertragen haben, so wie ich ja auch, wo Frauen dann gesagt haben, nein, danke, stopp, ich habe kein Interesse an dir, wir können höchstens Freunde sein, denken wir, oh mein Gott, Interesse zeigen an sich ist falsch. Und das ist nicht korrekt. Die Menge an Interesse war für diesen einen Zeitpunkt unangebracht. Es war noch nicht so weit für so viel Interesse. Aber Interesse zu zeigen per se ist genau das Richtige. Also, wir spulen den Regler zurück, wie viel Interesse ist am Anfang wichtig? Naja, mein Lieber, du kannst diese Fragen, die du am Anfang schon stellst, so stellen, dass sie angebracht sind. Im Gespräch. Du kannst mit ihr lediglich 30 Sekunden gesprochen haben und dann hast du einfach mal keinen Bock mehr drauf, über das Wetter oder über die Arbeit zu reden und dann fragst du sie einfach mal, wie würde eigentlich dein perfekter Tag aussehen? Wenn du alles machen könntest an dem Tag, was du willst, du hast keine Limitationen von Geld oder Arbeit oder Zeit oder keine Menschen, die irgendwas von dir erwarten, du kannst wirklich alles machen, was du möchtest, wie würde dein perfekter Tag eigentlich aussehen? Eine tolle Frage. Eine tolle Frage, die sie zum Nachdenken anregt und mit der sie dann anfangen kann zu träumen und dir einen Einblick in ihre Persönlichkeit mitgibt. Ein hervorragender Start in die Tiefe. Und dann brauchst du auch nicht Smalltalk zu machen, zu können, zu meistern, weil ich mache das nach wie vor so. Ich gehe so schnell, ich kann in die Tiefe. Die Männer, die bei uns im Coaching sind, die wissen das, denn mit dem Einbettungssatz geht das sogar noch schneller. Aber das ist etwas für die Männer, die dann auch wirklich Bock haben, das Ganze in die Höhe zu treiben und in 10 Wochen oder in 13 Wochen ihre Freundin kennenzulernen. Die sollten sich dann aber, anstatt hier nur diese Podcast-Folgen anzuschauen oder anzuhören, dann vielleicht bei der kostenlosen Flirt-Typ- und Charisma-Analyse melden. Den Link, den findest du in der Beschreibung. www.flirtanalyse.de Wenn du also im Gespräch mit einer Frau bist und du fragst sie zum Beispiel, wie würde dein perfekter Tag eigentlich aussehen? Fängt an zu erzählen und zu erzählen, jetzt, mein Lieber, jetzt hast du nämlich die Möglichkeit von dem, was sie gesagt hat, auch etwas in deinem Interessensgebiet zu finden und dort anzudocken. Das heißt, sie erzählt dann vielleicht, boah, mein perfekter Tag, ich würde wahrscheinlich, irgendwann am Abend, würde ich wahrscheinlich dann die Schuhe ausziehen und House of the Dragon gucken und du sagst dir dann so, House of the Dragon, mega geile Serie, hast du es eigentlich schon, schon den Trailer von der nächsten Staffel gesehen und direkt hast du etwas, mit dem du anknüpfen kannst und noch mehr Interesse an ihr zeigen kannst, aber ihr habt etwas, was euch gemein, was euch verbindet, ja. Die Möglichkeiten sind endlos, wenn du eine Person zum Reden bringst über ihre eigene Persönlichkeit, weil wir haben alle Dinge, die uns miteinander verbinden und der Unterschied, wo es dann creepy rüberkommt, ist eben genau der, dass wenn du etwas findest, was euch verbindet, dass du dich nicht, dass du nicht versuchst, diese Verbindung herzustellen, indem du eben, ihr sagst, hey, ich mag auch House of the Dragon, es ist nicht toll, wir mögen beide House of the Dragon, sondern es ist nebenbei, es passiert ganz nebenbei. Der Hauptimpuls, den du hierbei setzt, ist nach wie vor Interesse an ihr. Oh, das ist ja toll, du magst die Serie, was gefällt dir eigentlich an der Serie? Hast du eigentlich schon die nächste Staffel gesehen? Das ist Interesse für sie. Das ist nicht, guck dir an, was ich auch zu bieten habe, ich mag die Serie auch. Dass ich die Serie auch mag, das kam in einem Nebensatz. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Und da liegen ja viele Männer einfach, das sehen wir immer wieder, viele Männer einfach so eine Wichtigkeit da rein, dass sie, wir haben eine Gemeinsamkeit gefunden, das muss direkt ausgeschlachtet werden. und umso enttäuschter sind sie dann, wenn sie halt dann auch diese Gemeinsamkeit halt nicht finden und bohren immer tiefer, damit sie halt irgendwie eine Gemeinsamkeit finden und die meiste, oder die Frage, die die Männer dann, der Frau dann am meisten stellen, sind halt diese Standardfragen von, wo kommst du her, was machst du, also beruflich und so weiter. Dagegen ist per se nichts einzuwenden, aber ist es nicht umso schöner, wenn ihr einfach schon seit zwei Stunden Gespräch führt und ihr nicht diese Fragen gestellt habt und dann erst später herausfindet, so irgendwie, was eigentlich euer Beruf ist, woher ihr eigentlich kommt und so weiter. Das sind Momente, wo sie dann auch sagen wird, boah, mit dir kann man sich einfach richtig gut unterhalten, das ist ja unfassbar. Weißt du, was das, einer der geilsten Momente in Flirts mit Frauen für mich persönlich ist der Moment, wo du dich seit einer halben Stunde unglaublich geil mit einer Frau verstehst und ihr lacht zusammen und ihr berührt euch und da ist, ihr macht quasi schon Pläne, für was ihr machen könnt, wenn ihr euch trefft und dann fragst du irgendwann, jetzt haben wir die ganze Zeit gelabert, wie heißt du eigentlich? Ich liebe diesen Moment. Das ist so geil, weil das halt genau diesen ganzen Quatsch, den die meisten Menschen halt machen, beiseite schiebt und ihr merkt das im selben Moment, wie wir halt diesen ganzen eigentlichen Smalltalk, den man normalerweise macht, halt komplett übersprungen haben und es ist ein geiler Moment zwischen euch beiden, weil sie dann auch so, ja stimmt, Melanie, hi. Ich liebe diesen Moment einfach. Ich finde es mega geil. Es ist so ein richtig schöner Beweis dafür, dass wir alles richtig machen. Ja, genau. Also diese Art und Weise auf, du gehst damit einfach in die Tiefe und diese Tiefe, das ist ja genau das, was Menschen suchen die ganze Zeit, weil also jeder Mensch hasst Smalltalk und trotzdem führen es einige Menschen und wissen da aber auch nicht, was sie sagen sollen. Also das ist halt das große Ding. Die Sorge, die du hast über Gespräche, die haben 99 Prozent aller Menschen auch. Irgendwie das Gefühl zu haben, nicht das Richtige zu sagen und dann auch immer irgendwie vorbereitet zu sein, irgendwie auf die richtigen Gesprächsthemen und so weiter und niemand hat halt Bock, gleichzeitig dann auch über das Wetter zu sprechen und dann halt auch diese Standardfragen zu beantworten und vor allem auch dann, wie laufen denn halt auch die meisten Gespräche? Von irgendwie, und was machst du hier? Ja, ich gehe gerade einkaufen, sagt sie dann vielleicht. Ah, okay. Oder was machst du auf Tinder? Was suchst du auf Tinder? Selbe Sache. Ja, ja, genau. Also dann kommt halt einfach immer diese Pause, diese peinliche Pause, die viele von euch dann auch so nennen. Das ist einfach so eine peinliche Pause, so eine unangenehme Stille und so weiter. Aber die entsteht halt nur, weil wir halt versuchen, in irgendeiner Weise etwas zu erreichen. Wir versuchen dann, wie du am Anfang auch schon gesagt hast, Andi, wir versuchen halt irgendwie eine Rolle zu spielen im Prinzip. Wir versuchen, sie zu beeindrucken und irgendwie, indem wir die richtigen Gesprächsthemen wählen. Als ob es halt irgendwie den richtigen Code gibt, den wir sprechen oder drücken müssen auf unserem Controller und dann öffnet sich die Tür und dann haben wir das nächste Level erreicht oder dann haben wir die Spezialkombo gemacht und so weiter. Und dann ist sie auch mal irgendwie super entspannt mit uns. Aber wie kann sie denn halt super entspannt mit uns werden, wenn wir selbst nicht super entspannt mit uns sind, weil wir halt versuchen, irgendwie das Richtige zu sagen? Anstatt halt darüber zu sprechen, so was gerade irgendwie da ist, was wir sehen und das, was wir auch für richtig halten, gerade anzusprechen. Allein mit dem Beispiel. Irgendwie, sie spricht über abends nach Hause kommen, Schuhe ausziehen, sich auf die Couch schmeißen und dann House of the Dragons schauen oder sowas. Da gibt es halt Millionen Sachen, die du gerade ansprechen kannst. Du kannst zum Beispiel sagen, okay, warum bist du denn immer so K.O. nach der Arbeit? Oder kommst du nach der Arbeit nach Hause? Oder machst du nach der Arbeit dann noch irgendwie, gehst du ins Gym oder was? Und dann könntest du sagen, nee, ich helfe irgendwie im Katzenshelter oder sowas. Oder, oder, oder. Also es gibt ja tausend Sachen, wo du anknüpfen kannst, wenn du halt genau einfach diese Qualität, diese Art von Fragen stellst, die offener Natur sind. Also mit offener Natur meine ich nicht einfach nur irgendwie diese W-Fragen, weil was machst du beruflich ist halt auch eine W-Frage, sondern die Fragen, die halt wirklich von Qualität, von Tiefe bedeuten. Warum-Fragen zum Beispiel. Oder also die Qualität von warum haben und was gefällt dir so an House of the Dragons ist eine Warum-Frage, weil es halt auf den Grund des Ganzen geht. Was macht es mit dir als Person? Oder das letzte Mal, als du den Vollmond gesehen hast, du seid vielleicht auf einer Party und dir steht gerade draußen und dann ist Vollmond so. Was gefällt dir so daran, den Vollmond zu sehen? Ich sehe, du schaust ihn hier gerade ganz gebannt an. Also entweder bist du halt ein Wehrwolf oder du bist halt so fasziniert vom Mond. Woran erinnert dich das? Das ist Tiefe. Das ist so wunderschön. Auch ein schönes Beispiel mit dem Mond. Du hast einen kleinen Flirt da noch mit dazu gemischt. Die Fragen, die mit B anfangen, sind meistens die besten Fragen überhaupt. Und es ist so leicht, solche Fragen auch zu kreieren. Nimm einfach das Thema, das dich interessiert gerade und stell ein, wann war das letzte Mal das? Punkt, Punkt, Punkt. Davor. Oder was ist das schönste Ereignis dessen? Also was ist das? Quasi in der, mit dem Beispiel des Mondes, wo hast du den schönsten Mond deines Lebens jemals gesehen? Dann sagst du, oh, das war im Urlaub dort und dort. Also das schönste oder das schlimmste oder das tragischste oder das tollste oder das traurigste oder was auch immer, mal das du X gemacht hast oder X gesehen hast oder X erlebt hast. Oder wann war das letzte Mal das? Also einfach auf der temporalen Ebene oder eben auf der extremen Ebene? Gibt es zwei Zeitachsen. Also gibt es zwei Achsen. Eine sehr schöne Frage übrigens auch, um das Gespräch zu beginnen, die ich erst vor kurzem kennengelernt habe und ich finde die genial ist, was geht dir eigentlich zur Zeit durch den Kopf? Woran denkst du eigentlich gerade? Ich finde diese Frage mega geil, was geht dir eigentlich zur Zeit durch den Kopf oder was beschäftigt dich zur Zeit, weil es wirklich komplett offen ist. Du überlässt einem Gegenüber das gesamte Spielfeld. Es kann machen, was es will mit dieser Frage. Das ist jetzt nicht die Frage, bei der du, hallo, hi, was beschäftigt dich eigentlich zur Zeit? So, das ist jetzt nicht der Weg, wie du eine fremde Person ansprichst. Aber im Gespräch als erste Frage, um in die Tiefe zu gehen, hervorragend, hervorragend. Menschen sind so, sind es so satt. Alle Menschen. Guck mal, die Tatsache, dass du keinen Bock hast, die ganze Zeit dich, dich vor anderen zu verkaufen und so zu tun, als seist du irgendwie toll um deinen eigenen Selbstwert, der nicht so, der sich nicht so hoch anfühlt, irgendwie als höher zu verkaufen und dich krass zu vermarkten. Da haben gar keine Menschen Bock drauf. Die meisten Menschen wollen einfach nur sich selbst sein. Und das ist ein toller Tipp, sei einfach du selbst. Aber wie fühlen sich denn die meisten Menschen? Fühlen die sich alle besser als du? Nee. Nee, die fühlen sich alle genauso komisch wie du. Das heißt, wenn du ihnen die Möglichkeit gibst, über sich zu reden, weil du Interesse an ihnen hast, dann löst das einen Knoten für andere. Es ist eine wundervolle Möglichkeit, loszulassen und über das zu reden, was sie am meisten beschäftigt, was sie eigentlich interessiert und nicht das Wetter oder sonst irgendwas, was höflich wäre, darüber zu reden, sondern wirklich das, was sie interessiert. Und genau da sortierst du dann eben auch aus, wer zu dir passt und wer nicht passt. Deswegen ist das ja auch attraktiv, in die Tiefe zu gehen, weil du findest raus, passt dieser Mensch eigentlich zu mir oder nicht? Je früher du das machst, je früher du in der Tiefe herausfindest, ob sie zu dir passt oder nicht, desto a, attraktiver bist du und b, desto schneller weißt du, ob sie eine gesunde Beziehung mit dir aufbauen könnte oder einfach nicht zu dir passt. Und damit würden so viele dieser eingangs beschriebenen negativen Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht vorgebeugt werden, wo so viele Männer, mit denen wir in der Charisma-Analyse sprechen und sagen, ja, ich war 20 Jahre verheiratet, wie es halt ist, kennengelernt, sehr früh, direkt Kinder bekommen, zusammengeblieben, geheiratet, noch ein Kind und dann, tja, zehn Jahre kein Sex und dann haben wir uns endlich irgendwann getrennt. Das lässt sich verhindern. Das lässt sich wirklich verhindern. Aber du musst von Anfang an Wert darauf legen, die Essenz der Seele des Menschen vor dir überhaupt kennenlernen zu können. Denn wenn du diese Person erstmal ganz höflich nicht in der Tiefe betrachtest, sondern du denkst, ja, ja, es ist eher höflich, dass wir uns eher mal beschnuppern. Dieser Begriff, sich zu beschnuppern, den viele von euch da verwenden, der ist nur eine Ausrede dafür, nicht wirklich in die Tiefe zu gehen. Man lernt sich ja erstmal so kennen. Man macht das ja so. Bullshit. Ich mach das nicht so. Du machst das vielleicht so. Aber man macht das nicht so. Und erfolgreiche Männer, die die Frau auch kennengelernt haben, mit der sie den Rest ihres Lebens verbringen wollen, machen das nicht so. Es gibt die ein oder andere zufällige Person, die tatsächlich ihren Schatz in der Schule kennengelernt hat und die blieben zusammen und es passt tatsächlich. So diese Glücksfälle, die gibt es. Aber das ist nicht die Norm. Die müssen auch an der Beziehung arbeiten und sich dafür entscheiden, gemeinsam zu wachsen. Natürlich, ja. Aber normalerweise brauchst du ein paar Anläufe, um überhaupt festzustellen, was tut mir gut, welche Art von Frau suche ich überhaupt, die auch meine Werte verkörpert. Dazu musst du natürlich auch deine eigenen Werte kennenlernen. Und dann, dann gehst du in die Tiefe und zwar so schnell, wie du nur kannst, um ihre Werte herauszufinden und um dann zu filtern, ob sie zu dir passt oder nicht passt. Der geile Nebeneffekt ist halt tatsächlich, wenn sie zu dir passt, hast du es herausgefunden und dadurch, dass du gefiltert hast, dadurch, dass du in die Tiefe gegangen bist und Interesse an ihr hattest und herausfinden wolltest, passt das eigentlich zu mir, wirst du für sie attraktiv sein, weil du kaufst nicht die Katze im Sack. Verstehst du? Ein Mann, der wählerisch ist, der wird Fragen stellen und wenn ihm die Antwort gefallen, dann wird er das sagen und wird weiter Interesse zeigen und wenn ihm die Antwort nicht gefallen, dann wird sie das merken, dann wird er stutzig werden, so, warum hast du das gerade so und so gesagt? Also in meiner Erfahrung, wenn mich ein Freund anlügt, dann würde ich ihn zur Rede stellen, dann, keine Ahnung, es wäre wirklich eine Frage von, sind wir eigentlich noch Freunde? Also krass, dass du noch mit ihr zu tun hast, mit dieser Frau. Wie kommt's? Merkst du, ich bin stutzig. Ich bin stutzig und ich zeige meine eigenen Werte anhand dieses fiktiven Beispiels, das wir gerade genannt haben. Wenn du aber ein Ja-Sager bist und du versuchst einfach nur, sie von dir zu überzeugen, dann wirst du alles absegnen, was sie sagt. Ja und Amen geben. Und sie sagt ja und dann diese eine Frau, die hat mich halt, ja, belogen und hat dann mit meinem Freund eine Affäre gehabt und ja, aber ich weiß nicht, es ist ja so schwer, mit Mitte 30 noch neue Freunde zu bekommen, deswegen, ja, wir sind halt alle im selben Kreis und deswegen sehen wir uns halt immer weiter und ja, sie ist halt trotzdem irgendwie meine Freundin. Wenn du dann einfach sagst, ah ja, verstehe, ja, hast recht, ja, okay, ja, kann ich verstehen, dann bist du uninteressant für diese Frau und du bist nicht uninteressant für diese Frau, weil du die falsche Antwort gegeben hast. Du bist uninteressant für diese Frau, weil du versuchst, dir alles recht zu machen und weil du nicht glaubst, dass du das Recht hast, die Frau zu finden, die auch zu dir passt, die zu dir passt. du bist es wert, jemanden zu finden, der zu dir passt und wenn du das realisierst und anfängst zu filtern, dann wird es dir auch leichter fallen, zu scherzen, neckisch zu sein, mal so einen kleinen Hieb, Seitenhieb, lieb gemeint zu geben und halt wirklich auch zu flirten, weil du eben nicht versuchst, die ganze Zeit alles richtig zu machen und Fehler zu vermeiden, sondern Spaß zu haben, eine Fünfe mal gerade sein zu lassen, mit ihr auch so zu reden, wie mit deiner kleinen Schwester und hey, komm her du. Das ist ja ein ganz anderer Vibe, den du porträtierst vor der Frau. Er ist locker, er ist locker, aber auch selbstbewusst, weil du weißt, was du willst. Aber die meisten Männer, wenn ich ihnen davon erzähle, dann sagen sie, okay, alles klar, also sollte ich als erstes mal wissen, was überhaupt meine eigenen Werte sind. Nee, das ist nicht das, worauf du jetzt sofort Wert legen solltest, bevor ich mit deiner, weil das ist nur eine weitere Ausrede, nicht anzufangen. Du sagst ja auch was. Ja, genau. Dann kannst du dich erst mal zu Hause hinsetzen und dann schreib dir mal deine Werte auf. Okay, ich mache hier was Produktives, das ist ja sinnvoll, solange ich nicht mit Frauen reden muss. Aber das hier ist ja trotzdem produktiv. Ausreden. Ausreden. Vergiss es. Vergiss, was ich gesagt habe mit den Werten. Red mit Frauen. Sprich Frauen an. Komm in diesen Flow, überhaupt Interesse zu zeigen und dann Rückfragen zu stellen und mach Fehler. Mach Fehler, fall auf die Schnauze, bekomm ganz viele Körbe. Das ist alles ein Teil des Prozesses, um souverän zu werden. Wir können entweder situatives Selbstbewusstsein haben oder Grundselbstbewusstsein. Situatives Selbstbewusstsein hast du sowieso schon auf der Arbeit, in den Dingen, die du gut kannst. Und da hast du situatives Selbstbewusstsein. Wenn dir irgendein Neuling auf der Arbeit kommen möchte und sagen möchte, ja, das macht man aber ganz anders, dann wirst du ihn anschauen und halt mit dem Kopf schütteln, weil du dir 100% sicher bist, dass er Quatsch erzählt und dass du weißt, wovon du sprichst, dass du weißt, was du tust. Situatives Selbstbewusstsein. Ist dann diese wunderschöne Frau vor dir, Kompetenz. Genau. Exakt, Kompetenz. Ist dann diese wunderschöne Frau vor dir, dann weißt du nicht, was du sagen sollst. Du hast kein situatives Selbstbewusstsein in dieser Situation. Wie erlangen wir Grundselbstbewusstsein? Korrekt. Wie erlangen wir Grundselbstbewusstsein, indem wir ganz viel situatives Selbstbewusstsein haben. Ganz viel. Das ist wie so ein riesen Mosaik und das Mosaik muss nicht perfekt gefüllt sein. Es ist kein 20.000-Teile-Puzzle, wo jedes Teil da gefüllt sein muss. Nee. Du brauchst einfach nur genug Teile irgendwo überall eingesetzt, dass wenn man einen Schritt zurückgeht, dass man erkennt, ah, das soll dargestellt sein. Jetzt verstehe ich schemenhaft, ah, verstehe, das ist ein Bild am Meer und da ist ein Hund und da ist eine Palme. Ah, ich check's. Das ist Grundselbstbewusstsein. Such die Erfahrungen. Jede Erfahrung ist ein kleines Puzzleteil. Such die Erfahrungen und wenn du dabei auf die Schnauze fällst, dann ist das geil. Dann ist das nämlich der Beweis für dich, dass du dich verglichen mit deinem vorherigen Selbst entwickelst gerade. Denn nur außerhalb unserer Komfortzone haben wir überhaupt die Möglichkeit, uns zu entwickeln. Dort, wo wir Fehler machen, haben wir erst das Potenzial, es nächstes Mal richtig zu machen. Also mach mehr Fehler, damit du mehr Sachen das nächste Mal auch richtig machen kannst, indem du daran arbeitest. Also sammle diese ganzen Erfahrungen und scheiß mal darauf, jetzt deine Werte zu finden. Die brauchst du jetzt noch nicht zu finden. Das Geile ist, Werte finden wir im Gespräch mit Frauen, finden wir im Gespräch mit anderen Menschen. Gerade durch solche Gespräche, gerade durch solche Fragen wie, was beschäftigt dich zurzeit? Oder, was ist der größte Erfolg in deinem Leben? Tolle Frage auch für ein Gespräch in der Tiefe. Was ist der größte Erfolg in deinem Leben? Für sie werden wahrscheinlich Dinge als Erfolg gelten, die für dich gar nicht, wo du gar nicht daran gedacht hast, dass das ein Erfolg wäre. Vielleicht denkst du karrieremäßig. Vielleicht denkst du, ein Erfolg ist, dass du eine sportliche Auszeichnung hast. Aber sie sagt dir dann, größter Erfolg meines Lebens ist, dass ich die Beziehung zu meinem Vater wieder aufbauen konnte. Boah, das ist ja geil. Geile Antwort. Und dann hakst du nach. Sagst du, boah, krass, was für eine, wieder eine Wehfrage. Was für eine Beziehung hattet ihr denn davor? Du hakst nach. Interesse. Und es stellt sich vielleicht heraus, dass der Wert, den sie wirklich als Kernwert mit sich trägt, Tag ein, Tag aus, sagen wir, der wäre zum Beispiel Vergebung oder Loyalität, dass dieser Wert etwas ist, mit dem du sehr wohl etwas anfangen kannst und durch die Geschichte, die sie gerade erzählt hat, hast du einen Beweis dafür, dass sie diesen Wert auch lebt und nicht nur als Bloskel raushaut, weil sie hat eine Geschichte mit dem Wert verbunden. Da ist ein Beweis, der diesen Wert beweist. Diese Geschichte. Früher hat man in den Zeitungsinseraten häufig irgendwie bei Dating-Annoncen, ja, ich suche eine Frau, die spontan ist und mit mir die Welt bereisen will. Ah, okay, er ist wohl spontan und reist gerne. Nein. Wenn du einfach nur sagst, ich bin spontan und ich reise gerne, dann ist das einen Wert, weil du keine Beweise geliefert hast. Wo ist die Story dazu? Der geilste Ort, den ich jemals gesehen habe, war Akuriri in Island. Oh, wow. Wieso dieser Ort? Boah, also, wenn ich den vergleiche mit der Wüste von Jordanien, dann ist das so ein krasser Unterschied. Alles klar, dieser Mensch reist gerne. Er hat das bewiesen mit einer Story. Also, frag nach, wenn du irgendeinen Wert vermutest bei einer Person, und die Person scheint da irgendwas, ihr scheint was wichtig zu sein. Hack nach, geh rein, finde heraus, was die Geschichte dazu ist, die sie damit verbindet. Das üben wir ja im Coaching. Das ist etwas, was so wenige Menschen überhaupt können. So in die Tiefe zu gehen, ist aber eigentlich so leicht, wenn du Interesse hast, wirklich Interesse zeigst und nach den Werten oder den starken Emotionen Ausschau hältst, da reingehst. Du bist damit einfach direkt anders. Du bist ein Prozent. Also, die ein Prozent von Männern, die das machen. Und das zeichnet dann auch solche Momente aus, wo sie dann einfach sagen wird, es ist so leicht, mit dir ein Gespräch zu führen. Es fühlt sich so gut an, mit dir zu sprechen. Ich fühle mich, war ein super Gespräch, sollten wir mir viermal wiederholen oder was auch noch, wo du dann auch einsetzen kannst mit, ja okay, wie sieht es denn morgen Abend aus? Ich hole dich ab, 19.30 Uhr. du bringst die Bowlingkugel mit oder was auch immer. Du kannst halt direkt ein Date draus machen. Und zusätzlich aber auch, was macht denn ein gutes Gespräch aus, weil, um nochmal da diesen Kreis zu schließen, weil wir glauben oft, dass wir ein gutes Gespräch führen müssen, indem wir interessant sind. Dass wir ein gutes Gespräch führen, nur dann, wenn wir halt so maximal viel erzählen. Und wenn du die Person bist, die halt viel erzählt und die Frau einfach im Prinzip zu dir nach Hause quatschen kannst, cool, mach weiter. So läuft ja anscheinend für dich. Aber die meisten Menschen halt nicht. Die meisten Menschen machen sich halt einen so großen Kopfschmerz darum, möglichst das Beste zu sagen, möglichst richtig, das Richtige zu sagen, möglichst gut anzukommen. Und was macht aber dann, also was macht dann halt ein gutes Gespräch aus? Das gute Gespräch macht nicht aus, dass du maximal viel redest. Das ist kontraintuitiv, was ein gutes Gespräch ausmacht. Es ist kontraintuitiv, weil das gute Gespräch ist, die andere Person spricht mehr. Und du kennst diese Momente. Wenn du mit einer Person sprichst und du hast das Gefühl, das war ein richtig gutes Gespräch. Wie viel hast du Redezeit gehabt? Die meiste Zeit. Jemand, der ein guter Konversationalist ist, schwieriges Wort, der lässt dich sprechen. Und das ist genau das Ding, weil wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Das bist immer du. Welches Wort ist das Schönste, was du in deinem Leben hören kannst? Das ist dein eigener Name. Und wenn jetzt eine Person dich ins Zentrum deine Aufmerksamkeit bringt und komplett Aufmerksamkeit auf dich hat und dich reden lässt und völlig ohne Vorurteile dich einfach mal erzählen lässt über deine innere Welt, dann fühlst du dich so gesehen, so gewertschätzt, dass du diese Person als Auslöser dafür siehst. Du möchtest gerne mit dieser Person mehr Zeit verbringen. Du möchtest gerne in der Nähe dieser Person sein. Also um interessant zu sein, sei interessiert. Also wir können es nicht oft genug unterstreichen, das wird so sträflich vernachlässigt. Also zusätzlich ist es ja einfach genau dieses im Kopf sein, dass jeder Mensch einfach die ganze Zeit darüber nachdenkt, von morgens bis abends, dass er bloß keinen Fehler macht, dass er bloß gut ankommt. Wir glauben, weil die Frauen, die draußen rumlaufen, alle mit so mit irgendwie mimiklos irgendwie da rumlaufen mit ihrem so wie sagt man ich will das Wort nicht sagen ja B-Face dass sie nicht angesprochen werden wollen, weil sie halt nicht die ganze Zeit lachen und so weiter oder nicht freudvoll sind und dadurch ja keine Einladung aussprechen. Und irgendwie macht das auch jeder. Also jeder kaum jemand spricht irgendwie eine Einladung aus, dass er angesprochen werden möchte. Aber du ja auch nicht. Und die weil alle Menschen die ganze Zeit mit sich selbst beschäftigt sind im Kopf und jetzt bist du aber diese eine Person. So wenn jeder an sich denkt und du bist die eine Person, die auch zusätzlich an jemand anderen denkt beziehungsweise seine gesamte Aufmerksamkeit auf diese andere Person legt und das nicht aus der Hoffnung heraus, dass es jetzt was wird mit ihr und dass es die richtige Taktik und Strategie ist, was halt jemand, der aus der Nice-Guy-Ecke kommt, macht und das einfach nur aus Unsicherheit kommt, sondern du machst es aus purem Interesse, aus Liebe entspricht, aus Interesse an der Person, Neugier. Wenn du das machst, die Person ins Zentrum deiner Aufmerksamkeit legst, dann wird sie das spüren und dann wirst du ganz automatisch neugierige Fragen stellen, weil du musst dich erstmal gar nicht mehr profilieren dadurch, du weißt, wer du bist und du musst es nicht die ganze Zeit irgendjemandem erzählen, wenn jemand fragt, dann gibst du halt gerne eine Antwort und du bist halt nicht damit beschäftigt, irgendwie genau das Richtige zu sagen und bloß nichts Falsches zu sagen und so weiter, sondern du bist einfach gerade nur entspannt in dem Moment, weil du auch entspannt bist, überträgst du das auf sie, sie kann sich auch entspannen und ehe du dich versiehst, seid ihr seit zweieinhalb Stunden, drei Stunden am Quatschen, am Lachen, ihr berührt euch und dann, wie Andi gerade schon gesagt hat, fragst du sie nach ihrem Namen, weil du das vorher noch, weil vorher war überhaupt nicht wichtig, herauszufinden, wie sie heißt und wo sie herkommt und was ihr Job ist und was auch immer. All das ist so irrelevant und das sind einfach, um es nochmal zu sagen, einfach diese Momente, wo sie einfach spürt, ich habe da gerade jemanden extrem Besonderes vor mir. Du bist besonders. Du bist ein besonderer Mensch. Schau mal, wir haben jetzt was, Minute 40 in diesem Podcast, du hörst immer noch zu, du möchtest dich verbessern. Es ist dir wichtig, dich zu verbessern. Wie viele Menschen schauen sich denn überhaupt irgendwas an, wo sie sich selber verbessern? Wie viele Menschen sagen es, auch wenn es lieb gemeint ist, bleibt, wie du bist. Nee, warum sollte ich so bleiben, wie ich bin? Ich kann immer noch wachsen. Ich kann mich immer noch verbessern. Ich möchte nicht nur so bleiben, wie ich bin. Ist natürlich lieb gemeint. Ich verstehe schon, was sie damit meinen. Aber das Stagnieren ist für die meisten Menschen ein Dauerzustand. Und du bist anders. Du siehst es als nicht akzeptabel zu stagnieren und deswegen bist du auch frustriert, weil du einen höheren Anspruch an dich selber hast. Wie Kunst ist es, dir selber jetzt zu sagen, es ist geil, dass ich diesen Anspruch habe, es ist geil, dass ich an mir arbeiten will. Eine Sache, an der ich bisher noch gar nicht gearbeitet habe, die ich jetzt dringend machen werde, ist, dass ich mich auch dafür liebe, für was ich alles bisher schon gemacht habe. Denn Selbstliebe ist auch etwas, wo wir unsere Persönlichkeit weiterentwickeln. Und die meisten von uns haben einfach zu wenig Selbstliebe kultiviert, weil wir so hart mit uns selber ins Gericht gehen. So krass, wie wir selber mit uns selber reden in unserem Kopf, würde keiner von uns es wagen, mit anderen Menschen so zu reden. Geschweige denn mit jemandem, der uns angeblich wichtig ist. Du bist dein eigener bester Freund. Stell dir vor, dein bester Freund würde die ganze Zeit in deinem Haus auf der Couch umliegen und dir sagen, das kannst du doch eh nicht. Du bist doch eh ein Freak. Warum bist du eigentlich so anders als jemand? Das Ding ist, dass viele männliche Freundschaften ja genau auf diese Art und Weise beruhen, so miteinander zu reden. Und das ist dann cool und Jungs-Talk und so. Ja, aber ich habe das auch. Ab und zu mache ich das auch noch. Und es ist etwas, was ich früher extrem viel gemacht habe. Aber die Worte sind die gleichen und da hast du recht. Und die Worte sind machtvoll. Die haben auch, wenn sie lieb gemeint sind, trotzdem eine Wirkung. Und die Wirkung kann negativ sein. Aber was ist denn, wenn die Worte gar nicht mal lieb gemeint sind? Was ist, wenn der Typ in deiner Wohnung, dein angeblich bester Freund auf der Couch liegt und es halt wirklich auch böse meint? Einfach nur sagen, was bist du eigentlich für ein Loser? Du kriegst es doch gar nicht hin. Warum bist du eigentlich so ein Freak? Alle anderen können das, aber du nicht. Du wirst es nie schaffen. Also, es tut mir wirklich leid, dass ich überhaupt diese Worte gerade gesagt habe. Das ist auch noch verkleidet mit, ich meine es ja nur gut. Ich will dich ja nur beschützen. Ich meine es ja nur gut mit dir. Besser, wenn du sie nicht ansprichst. Ich mag dich eh nicht. Ich meine es nur gut. Ich bewahre dich nur von einem harten Chor. Oh je. Also wenn du diesen, also das ist 1984 in deinem eigenen Kopf. Wenn du diesen Mann nicht vor die Tür wirfst, ja dann hast du dich selber hintergangen. Und dieser Mann, den gibt es und der sitzt wirklich auf deiner Couch und der ist da 24-7 und dieser Typ, der sitzt halt in deinem Kopf. Der sagt dir die ganze Zeit all diese schrecklichen Sachen zu dir selber. Du bist super gemein zu dir selber. Und Persönlichkeitsentwicklung ist nicht nur Skills aufbauen, wie werde ich charismatischer, wie werde ich schlagfertiger. Das ist ein Teil von Persönlichkeitsentwicklung. Aber wie kann ich mich selber mehr lieben, damit ich diese Liebe auch nach außen tragen kann, damit wenn ich mich für eine Frau interessiere, das Ganze dann auch ungetrübt ist von den ganzen Erwartungen, von der ganzen Angst, von der ganzen Abhängigkeit, dass ich sie verlieren könnte. Dass es ja vielleicht die einzige ist, die mir jemals so schöne Augen macht. All diese Sachen, die dich ablenken von der einzig wahren und wichtigen Sache, um die es gerade geht, nämlich der Liebe. Wenn du diese Frau vor dir hast, möchtest du dann wirklich all diese Gedanken haben, was du alles falsch machen könntest oder willst du einfach lieben können? Und lieben können, wir haben es ja am Anfang gesagt, man kann es zu den Proportionen machen, die unrealistisch, unangebracht, einfach nicht realistisch sind, direkt beim Kennenlernen, dass du eine Frau schon so sehr liebst, dass du sie heiraten willst, also wirklich heiraten willst, direkt beim Kennenlernen. Aber die Liebe kann trotzdem da sein. Die Nächstenliebe, die Agape, die Liebe für das, was euch vielleicht beide gemeinsam verbindet. Vielleicht ist es ein Sport, ihr habt euch beide beim Joggen oder beim Wandern oder beim Bergsteigen oder beim Radfahren kennengelernt. Okay, da ist Liebe, wir lieben dasselbe. Krass. Weißt du, die Liebe, die ist immer da. Die kann jederzeit für dich zur Verfügung stehen. Die Liebe muss nicht immer, oh, ich liebe dich, ich will dich nicht verlieren heißen. Kann auch sein, oh, Alter, ich liebe House of the Dragon. Dann lieben wir etwas. Oder ich liebe es, wie du dir die Haare aus dem Gesicht gestrichen hast gerade. Das ist so süß. Das machen wenige Frauen. Ich mag das an dir. Du kannst etwas lieben, was die Frau macht. Du kannst etwas lieben, was sie in ihrem Leben geschafft hat. Du kannst die Antwort von vorhin lieben. Wenn sie sagt, mein größter Erfolg in meinem Leben ist, dass ich den Kontakt zu meinem Vater wieder aufgebaut habe. Ich liebe diese Antwort. Liebe ist überall, jederzeit zugänglich. Lassen wir uns auf die Liebe ein oder lassen wir uns auf die Angst ein? Es ist entweder das eine oder das andere. Entscheid dich. Und wenn wir uns für die Liebe entscheiden wollen, wenn wir sagen, das hört sich echt kacke an, sich auf die Angst einzulassen, an die Liebe würde ich mich für die Liebe entscheiden, dann lass uns bei uns selber anfangen und hör auf, so scheiße mit dir selber zu sein, sondern sei gütig. Schenk dir selber den Respekt und die Anerkennung für den ganzen Stuff, den du schon erledigt hast. Für die ganze Reise, die du schon gegangen bist. Schenk dir diese Anerkennung, mein Lieber. Ich schenke sie dir. Bitte. Ich würde dir gerne noch mehr geben durch die Kamera, durch das Mikrofon. Aber wenn du es dir selber nicht gibst, dann kann ich dir noch so viel schenken. Geht nicht. Du musst es dir auch selber schenken. Wenn du dir selber diese Anerkennung und Liebe gibst, dann sind diese Kanäle der Liebe, die werden durchgespült. Die werden frei von dem ganzen Modder, der da die Angst ist und die ganze Selbstverurteilung. Es wird weggespült. Es dauert eine Weile. Aber dann sind diese Kanäle frei und dann kannst du auch, wie ich es heute mache, einer Frau beim ersten Kennenlernen schon sagen, ich liebe dich und es wird gut ankommen. Weil diesmal kommt es nicht aus der Angst heraus und dieses, boah, ich will es so machen wie im Film. Ich will gut rüberkommen. Ich will sie überzeugen. Und deswegen sage ich ihr auch, dass ich sie liebe. Nö. Es kommt dann eben lörtig rüber. Dann sagst du ihr einfach, Alter, ich liebe dich. Und es ist scherzhaft gemacht. Aber da steckt ein Funke Wahrheit dahinter. Und sie spürt das. Und sie wird dann anfangen, in ihrem Kopf dieses alte Spiel zu spielen, das sie gespielt hat, als sie klein war. Aber war das jetzt ernst gemeint oder war das Quatsch? Er ist schon irgendwie komisch, aber er ist auch interessant. Er liebt mich, er liebt mich nicht. Er liebt mich, er liebt mich nicht. Und das ist die Basis für ein Flirt. Es ist dieses, dieser Schrödingers Katze. Gleichzeitig lebt es und gleichzeitig ist es nicht mehr am Leben. Ist da etwas zwischen uns oder ist es nicht da? Wird etwas zwischen uns laufen oder wird nicht zwischen uns laufen? Das hält den Flirt am Leben. Aber das verstehen wir erst, wenn wir diesem Prozess vertrauen und uns mal darauf einlassen, selber mehr zu lieben, mehr Spaß an der Sache zu haben, leichtherziger zu sein, zu flirten mit Hinz und Kunz und nicht nur mit der einen Frau, wenn du sie dann siehst und dann ist sie die richtige und dann ist sie die richtige. Doch, an ihr habe ich Interesse, bei ihr werde ich jetzt flirten, bei all den anderen, nö, habe ich doch gar kein Interesse, warum sollte ich bei denen flirten? Mach ich doch nicht, macht doch gar keinen Sinn, ich habe doch gar kein Interesse an der 50-jährigen Kassiererin, die vergeben ist. Warum soll ich da flirten? Boah, deswegen hast du keinen Erfolg bei Frauen, weil du hast es einfach noch nicht verstanden. Aber wenn du Bock hast, flirten zu lernen und wirklich attraktiv zu wirken, dann zeig Interesse und fang an, indem du dich selber nicht mehr so sehr in Frage stellst, sondern mehr die Dinge in Frage stellst, die gerade im Raum sind oder ihre persönlichen Geschichten in Frage stellst. Nicht negativ, ich glaube dir kein Wort, nicht so, sondern Fragen stellst. Stell ihr mehr Fragen. Geh in die Tiefe und wenn du dabei Hilfe brauchst, wenn wir dich dabei unterstützen dürfen, auf dieser Reise ein attraktiver Mann zu werden, der die Frau auch erobert, die er wirklich will, dann komm in die kostenlose Flirt-Typ- und Charisma-Analyse. Da schauen wir uns ganz genau deinen Typ an, schauen uns deinen Flirt-Typ an, schauen uns genau an, wie du in der Vergangenheit Sachen falsch gemacht hast, Sachen richtig gemacht hast und wo du jetzt gerade stehst, was du von uns brauchst, wie wir dich dabei unterstützen können und wir geben dir diesen Leitfaden, den geben wir jedem Mann in dieser Flirt-Typ- und Charisma-Analyse. Völlig egal, ob du Kunde bei uns bist oder nicht bist, wirst oder nicht wirst, den Leitfaden bekommst du trotzdem. Also komm in die Flirt-Typ- und Charisma-Analyse, lass dir den Leitfaden geben und dann können wir dir auch helfen, in wenigen Wochen oder Monaten vielleicht schon die eine zu finden, die du dann heiraten wirst. Dominik, wusstest du eigentlich, dass der Mike, als ich gepostet habe, dass ich geheiratet habe, der Mike hat gesagt, ey, ich habe auch geheiratet. Mike hat geheiratet, im September. Mega geil. Mike hat ja auch, welche Folge war das? 101 oder 102? Stopp, Folge 101 oder 102. Ja, dieses Podcast war Mike zu sehen, kam auch kurz seine Verlobte, damals war er noch verlobt, kam kurz ins Bild, sagt Hallo. Mike war vor einigen Jahren bei uns Kunde und hat dann im Coaching diese Frau kennengelernt. Mega geil, freuen wir uns alle für ihn. Und das kannst du auch erleben. Das kann für dich genau passieren. Richtig, hinter mir siehst du ja so viele lächelnde Gesichter und das sind nicht die einzigen. Wir haben 760, glaube ich, war der letzte Count gestern, den ich mit Sven durchgegangen bin, 760 positive Bewertungen gesammelt auf Google, auf Proven Expert, auf Trustpilot, überall. Also, wenn du sagen solltest, ja, aber diese eine Plattform, die gefällt mir nicht, der vertraue ich nicht, dann such dir halt die anderen Plattformen aus, weil die Männer, die geben uns auf jeder Plattform eine positive Bewertung. Also, naja, aber lass dich selber überzeugen. Und wenn du, wenn du sagst, nee, ich vertraue denen nicht, dann, okay, dude, ehrlich, wenn du sagst, nee, ich vertraue den Männern nicht, Vertrauen ist genauso wie Liebe. Es ist keine Einbahnstraße. Wenn du anderen nicht vertraust, vertraust du dir, gesagt, wenn du anderen nicht vertraust, vertraust du dir selber nicht. Ergo, kein Selbstvertrauen. Also, meine Lieben, ich wünsche euch was, wie immer, fahrt vorsichtig, damit ihr noch euren Mitmenschen noch lange erhalten bleibt und denkt immer dran, du bist wertvoll, du wirst geliebt. Ich wünsche euch dies,